Moin aus Bremen, Michael hier von Apfeltalk. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wenn ihr mir hier schon länger folgt, wisst ihr ja, dass ich ein 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max habe. Die Kiste nutze ich hauptsächlich unterwegs, um Audio und Video zu bearbeiten. Außerdem habe ich jetzt hier ein MacBook Pro mit M2 Pro in 14 Zoll. Das hat mir mein Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Prima Sache! Da können wir nämlich beide Maschinen vergleichen. Also, los geht's! Apple macht's einem ja auch nicht leicht mit seinem Apple Silicon System. Klar, offensichtlich muss ein M1 bzw. ein M2 besser sein als ein M1. Okay, so gesehen können wir das Video an dieser Stelle beenden. Tschöö! Halt, aber nicht ganz so einfach. Denn das ist es dann doch leider nicht. Wir sollten mal drüber reden. Das M und die Nummer dahinter sagen eben nur bedingt was über die Leistung aus. Und das weiß natürlich auch Apple. Daher haben sie ja diese Zusatz-Marketing-Namenserweiterung erfunden. Pro, Max, Ultra und wer weiß, was da noch alles kommt. Damit sollte eigentlich klar sein, M1 ohne weiteren Zusatz ist schlechter als M2 ohne weiteren Zusatz. M1 Max hingegen ist besser als M2 Pro und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir befinden uns nun auch bei den Macs in so einem Art Dauerzyklus. War es bisher, also zu Intel-Zeiten eher rein zufällig, dass ein neuer Mac kam, ist es jetzt auf jeden Fall regelmäßig und verstetigt. Jedes Jahr gibt es nun vermutlich neue M-CPUs. Beziehungsweise es sind ja eigentlich SOCs, also Systems on a Chip. Denn Apple verbaut schlauerweise, zumindest aus deren Sicht, ja auch noch den Arbeitsspeicher mit auf dem Modul. Aber kommen wir zum Thema zurück. Die beiden Laptops hier können aus meiner Sicht unterschiedlicher nicht sein. Ich erspare euch jetzt mal das ganze Gerödel mit den Benchmarks. Dazu gibt es zuhauf Videos im Netz. Hier geht es ja eher darum, wozu welches Gerät besser geeignet ist. Auch wenn diese Frage ja eher theoretischer Natur ist. Denn der M1 Pro und der M1 Max als Laptop ist bei Apple nicht mehr erhältlich. Bei manchen anderen Anbietern kann es aber durchaus noch sein, dass man das ein oder andere Modell bekommt. Dann eben nicht mehr Build-to-Order, sondern man muss nehmen, was man kriegt. Dann vergleichen wir also erstmal die Bildschirme. 14 Zoll gegenüber 16 Zoll. Das klingt auf den ersten Blick nach nicht viel. Sind aber immerhin 5 cm Unterschied in der Diagonale. Und das macht sich dann doch bemerkbar. Aber klar, das hat natürlich nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Dennoch ist das 14 Zoll Gerät deutlich handlicher als der 16 Zoll Klopper. Und den nehme ich mit auf Reisen. Übrigens auch jetzt in der kommenden Woche zur WWDC Keynote nach Kalifornien, nach Cupertino. Wenn man mich also heute fragen würde, ob ich nochmal einen 16 Zoller kaufen würde, würde ich vermutlich Nein sagen. Das Teil ist echt unhandlich. Und auch noch ca. 400 Gramm schwerer. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Vielleicht habt ihr auch selber schon die Erfahrung gemacht. Auf Reisen kommt es ja, zumindest aus meiner Sicht, auf jedes Gramm an. Allerdings hat ein größerer Bildschirm, gerade bei Videoschnitt, und das werde ich drüben in den Staaten noch machen, einfach Vorteile. Das könnte man jetzt natürlich auch als Luxusproblem abtun. Ist es auch in gewisser Weise. Dennoch zählt eben auch hier jeder Zentimeter. Aber schauen wir uns mal die technischen Daten etwas genauer an. Also nicht die, die Apple so auf seiner Seite veröffentlicht. Keine Sorge, wir machen auch keinen Benchmark-Wettbewerb, habe ich ja schon gesagt. Das habe ich ja schon mal in Videos, die ich euch oben verlinkt habe, gesagt, warum ich das nicht mache. Apple will nämlich gar nicht so sehr, dass wir die technischen Details vergleichen. Fangen wir mal mit dem älteren der beiden Geräte an. Dem MacBook Pro mit M1 Max. Der Rechner hat 64 GB RAM, hat 10 CPU-Kerne, davon sind 8 sogenannte High-Performance-Kerne, die takten mit 3,2 GHz. Und dann noch sogenannte High-Efficiency-Kerne, zwei Stück, die takten jeweils mit 2,1 GHz. Informationen, die man so einfach nicht auf Apples Webseite findet. Ich kann euch daher die kostenlose App MacTracker ans Herz legen. Das ist eine Datenbank, eine App, die gibt es für iOS und auch für macOS. In der sind alle bisher veröffentlichten Macs und auch alle anderen Apple-Geräte aufgelistet. Dort findet ihr eben Infos über diese Geräte, eben auch die Taktfrequenz. Wer sich also für die wirklichen technischen Daten der Macs interessiert, wird hier sicher fündig. Schauen wir gleich mal nach dem neueren Gerät, also dem MacBook Pro mit M2 Pro. MacTracker gibt uns hier gleich eine etwas höhere Taktfrequenz aus. Die Cores sind auch etwas anders bei diesem Modell. Der Pro hat 10 Kerne, die sich in 6 High-Performance- und 4 High-Efficiency-Kerne aufteilen. Taktrate sind hier 3,5 GHz und 2,4 GHz, also gegenüber dem M1 leicht erhöht. Beim Macs-Modell sind es dann nochmal zwei High-Performance-Kerne mehr. Diese leichte Steigerung erklärt eben auch, dass die M2-Modelle etwas besser sind als der M1-Vorgänger. Ja klar, das Chip-Design, das weiß ich auch, haben wir auch schon darüber gesprochen, spielt natürlich auch eine Rolle. Sonst könnte man ja gar nicht diese höheren Taktraten verwenden, das ist mir auch klar. Außerdem wird durch das veränderte Chip-Design auch mehr Unified Memory möglich. Nun, wir haben nichts anderes erwartet. Ein neues Mac-Modell sollte schneller sein, mehr Speicher adressieren können und idealerweise auch noch weniger, aber auf jeden Fall nicht mehr Strom verbrauchen und das ist ja hier der Fall. Hilft uns das bei der Kaufentscheidung? Klar, wer heute einen neuen Mac kauft, nimmt natürlich den neueren M2. Hat ja, wenn er bei Apple kauft, auch keine andere Wahl. Und der M3 steht ja auch schon vor der Tür und da würde ich sagen, das ist also ein No-Brainer. Hier geht es aber auch darum, ob sich ein Upgrade von dem M1 Max, so wie ich ihn jetzt hier habe, auf den M2 Pro oder Max lohnen würde. Und da ist die Antwort eher ein eindeutiges Vielleicht, denn die Leistungssteigerung ist zwar vorhanden, sicher, gar keine Frage, aber der Preis, den man für diese nicht so heftige Leistungssteigerung zahlen müsste, muss ja auch in die Rechnung mit einbezogen werden. Aber ich glaube, das ist offensichtlich, glaube ich. Es gibt also keinen, es gibt überhaupt keinen Sinn, nur weil sich die Nummer hinter dem M um 1 nach oben geändert hat und möglicherweise noch eine schicke Marketingbezeichnung dazugekommen ist, wer weiß, was da noch alles kommt, Hyper und keine Ahnung, sich deswegen einen neuen Mac zu kaufen, das ist, glaube ich, Quatsch. Dann ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist eine gute Frage, die muss jeder individuell natürlich für sich beantworten. Apple Silicon ist derzeit so leistungsstark, dass man da sicher noch ein paar Jahre mit allen Geräten, die es jetzt gibt, arbeiten kann. Also einen eindeutigen Zeitpunkt zum Upgrade auf einen neuen Mac zu nennen, fällt mir zumindest etwas schwer. Und langsam sind die Kisten ja alle nicht. Daher würde ich sagen, im beruflichen Umfeld kann man nach zwei, drei Jahren an ein neues Gerät denken. Und das ist schon sehr kurz gesprungen. Als freiberuflich arbeitender Video- oder Audio-Producer zum Beispiel, die oftmals mit Macs arbeiten, können es auch ruhig ein paar Jahre mehr sein. Die Geräte wollen ja auch erst mal, das Geld für die Geräte soll ja auch erst mal wieder verdient werden. Im privaten Umfeld sollten Maschinen noch länger halten, vielleicht so drei bis fünf Jahre. Wie gesagt, das sind alles nur Richtwerte. Je nachdem natürlich auch, wie lange Apple sie zum Beispiel noch mit neuen Systemen und Software versorgt. Noch sind wir in der Phase, wo alle Macs mit Apple Silicon unterstützt werden. Ich bin mal sehr gespannt, wann die ersten Geräte aus dem Jahr 2020 dann rausfallen. Was denkt ihr dazu? In welchem Rhythmus kauft ihr denn neue Macs? Seid ihr auch schon auf Apple Silicon gewechselt, möglicherweise komplett? Oder seid ihr immer noch bei Intel? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und ein Abo und ein Like, wenn auch nett. Bis bald! 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 Bis bald!